In diesem Video möchte ich euch einen Trick vorstellen, mit dem ihr relativ einfach an neue Ideen für eure Wohnung und Häuser in die Sims 4 kommt und damit auch viel abwechslungsreichere Wohnungen bauen könnt. Viel Spaß beim Ansehen! Ihr kennt das bestimmt, viele von euch haben gerade erst einen Haushalt mit verschiedenen Sims fertiggestellt, jetzt aber nicht einfach auf der Straße wohnen können. Sie benötigen ein Haus, welches ihr im Baumodus erstmal erstellen müsst. Relativ schnell habt ihr ein Grundstück gekauft und eure Sims dort einziehen lassen, allerdings wisst ihr nicht genau, wie ihr mit dem Grundriss anfangen sollt. Ich bin leider auch kein Experte im Baumodus, meistens beginne ich, wie ihr wahrscheinlich auch, erstmal mit der groben Form, überlege mir dann eine Außentapete, verlege einen Boden im Haus und platziere danach die Fenster. Man probiert sich etwas durch und platziert einfach Fenster, die zu der Tapete an der Außenwand passen, dann wählt man Möbel, die ebenfalls vom Stil dazugehören und hangelt sich dann weiter voran, bis das Haus dann irgendwann fertig ist. Dieses Konzept funktioniert meistens ganz gut, führt aber manchmal dazu, dass sich alle Häuser vom Stil etwas ähnlich sehen. Ich habe eine Methode gefunden, wie man die Grundgestaltung und den Stil eines Hauses viel schneller und immer ein bisschen anders festlegen kann, als sich mit Herumprobieren an die Gestaltung heranzuwagen. Eigentlich ist das Konzept recht einfach, wenn ihr schon von Anfang an genau wisst, wie euer Haus aussehen soll, einigt ihr euch viel schneller auf einen passenden Stil. Dazu muss man die Reihenfolge, in der ihr die verwendeten Objekte zusammensucht, überdenken. Legt euch nämlich schon von Anfang an auf Tapeten, Fenster und Türen sowie ein paar passende Objekte fest. Bevor ihr auch nur einen Raum gebaut habt, wechselt zuerst in die Tapetenkategorie und sucht euch hier eine Startfarbe aus. Jetzt könnt ihr andere Tapeten für euer Haus wählen, die von den Farben gut zusammenpassen oder vielleicht auch etwas gegensätzlich erscheinen. Andere Texturen und Oberflächen sind ebenfalls wichtig. Probiert mit verschiedenen Steintapeten oder anderen Materialien herum und legt eine Palette an vielleicht 5-6 verschiedenen Tapeten an, die ihr dann im ganzen Haus verwenden wollt. Jetzt geht ihr einen Schritt weiter und platziert Böden, die sich gut mit den gewählten Tapeten vertragen. Auch passende Fenster und Türen müssen her, die sich in diesen Stil gut einfügen. Wenn ihr Fenster oder Türen seht, bei denen euch eine interessante Idee für ein mögliches Haus kommt, könnt ihr natürlich ebenfalls eure bereits bestehende Palette an Böden und Tapeten nochmal überarbeiten. Wenn ihr mit eurer Auswahl an Objekten und Mustern zufrieden seid, wechselt ihr den Baumodus und platziert Möbel, die man möglicherweise im Haus gut verwenden könnte. Auch hier kann es sein, dass sich eure Auswahl von den verwendeten Elementen für die Außengestaltung des Hauses nochmal verändert. Die Möbel sollten repräsentativ den kompletten Stil des Hauses und vor allem den der Inneneinrichtung grob beschreiben. Theoretisch könnte man auch schon mal die Pflanzen für den Garten festlegen. Wenn euch die Auswahl eurer Objekte an einen bestimmten Stil erinnert, könnt ihr ebenfalls auch nach diesem googeln, um weitere Ideen für euer Haus zu bekommen. Erst jetzt beginnt ihr damit, euch über die ersten Wände und Raumaufteilungen Gedanken zu machen mit eurem bereits vorhandenen Design im Hinterkopf. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man auf diese Art und Weise viel schneller mit seinem Haus vorankommt und nicht mehrmals nochmal grundlegende Teile an der Gestaltung verändert. Probiert es gerne mal selber aus, wenn ihr euch mal im Baumodus aufhaltet. Werdet ihr meinen Trick zum Bauen ausprobieren und habt ihr für den Baumodus ebenfalls ein paar Tipps auf Lager, schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.